jeff du siehst schon wieder aus menschens kinder wo hast du dich drin gewälzt hier ist ein feld das vor einer woche die ganzen ziegigen herde drauf rum stolziert und er hat sich natürlich wie wild gewälzt und gespielt hat er auch noch ich weiß nicht ob ich den noch einfangen kann aber der ist gleich schon weg da hinten irgendwo mal gucken sein freund läuft da immer lang ich glaube die sind schon weg ja nach der willst du noch ein bisschen baden gehen dann muss ich dich später nicht mehr so viel schrubben oder richtig schön zugesaut hat er sich wo ist denn das hier hier haben wir auch einen kleinen flugplatz in der nähe aber das juckt ihn gar nicht mehr hier Vielen Dank.